Kann es uns gelingen, mit dieser Entscheidung zum Tiefenlager nicht nur Mitleid oder Opferstatus zu erwirken, sondern ein Stück weit Respekt? Also der Verantwortliche und der Institutionen möchten gerne mit auf den Weg geben, dass sie von uns keine Akzeptanz für das Vorhaben erwarten können, aber ein Stück weit Toleranz, wenn sie uns die entsprechenden Lösungen und Antworten auf unsere Fragen liefern. Der Bevölkerung in der Schweiz möchte ich Ähnliches auf den Weg geben wie der deutschen Bevölkerung auch. Informieren sie sich, bilden sie sich ihre eigene Meinung und sehen sie uns als eine Region grenzüberschreitend in einem. Was fehlt mir in der Diskussion um das Tiefenlager? Das Engagement. Es ist aber schwer zu sagen, ob sich die Bevölkerung nicht engagiert. Es gibt Gewissen, die äussern ihre Emotionen und ihre Befürchtungen, die nutzen die Plattform. Es gibt andere, die die Plattform auch zu ihren Gunsten ausnutzen. Und es gibt ganz ein Haufen, die sehr aktiv mitdenken oder sogar mitschaffen in der Regionalkonferenz oder anderen Schwedengemeinden, die sich dann halt still beteiligen. Darum ist es schwer zu sagen, dass das Engagement tief ist. Aber wenn wir an Informationsveranstaltungen mehr als nur 60 Leute hätten, wäre das auch ein gutes Zeichen. Das Zürich-Unterland ist ein schöner Fleck. Und die Menschen da haben das Herz am rechten Fleck und engagieren sich da, das Beste aus dem Projekt zu machen. Und ein Tiefenlager ändert nichts an dem. Das ist auf der einen Seite die wissenschaftlich-technische Expertise, die ich nur als Laie kann, indirekt gerade teilhaben. Und auf der anderen Seite, was alle Menschen, und mich auch als ehemaliger Pfarrer, aber auch als Mitbürger da beschäftigt, wie nimmt man uns dann wahr, oder wie müssen wir uns dann selber wahrnehmen aufgrund von diesem tiefgreifenden Entscheid? Oder kann es uns gelingen, mit dieser Entscheidung zum Tiefenlager, ja nicht nur Mitleid oder Opferstatus zu erwirken, sondern ein Stück weit Respekt. Das fände ich wertvoll.